Hallo und herzlich willkommen bei Törnern. Ich bin Jens und das ist der Fitbit Charge 4 und der läuft jetzt mit GPS und wenn der läuft, muss ich natürlich auch laufen. Also los. So, nachdem ich jetzt fünf Minuten in einem Sauerstoffzelt mich wieder ein bisschen erholen konnte. Joggen bei 32 Grad im Sommer gehört jetzt nicht zu meinen standardsportlichen Aktivitäten. Das bin ich nicht mehr so gewohnt. So, kommen wir zum Fitbit Charge 4. Was ist das große, tolle, neue an dem Fitbit Charge 4? Ganz eindeutig das GPS. Das Ding läuft jetzt mit dem GPS-Signal. Das Schöne ist, dass ihr das aktiv einschalten könnt. Das heißt, das GPS ist nicht die ganze Zeit aktiv, sondern erst wenn ihr sagt, so, ich möchte jetzt joggen oder Fahrrad fahren, dann könnt ihr das GPS aktivieren und eure Tour laufen oder fahren oder was auch immer ihr dann macht damit. Auch schön ist, dass er währenddessen natürlich auf einer Karte anzeigt, wo ihr langgelaufen seid und auch noch anzeigt, wie eure Herzfrequenz auf der jeweiligen Strecke war. Das heißt, wenn ihr anfangt zu laufen und ihr erst im Cardio-Bereich seid und dann in der Fettverbrennung seid, dann zeigt er euch auch an, wo ihr entsprechend in der Herzfrequenz wart oder wie anstrengend diese Tour für euch war. Für Leute, die richtig viel laufen, kann das ein ziemlich guter Keyseller sein. Das verbrennt jetzt aber auch eine ganze Menge Strom. Das heißt, wenn ihr das GPS anhabt, dann hält der Fitbit Charge nicht mehr 5 bis 7 Tage, sondern vielleicht eher nur 5 bis 7 Stunden, wenn ihr dauerhaft mit GPS aktiv seid. Wie viel GPS benutzt ihr am Tag? Das ist natürlich jetzt eure Frage. Ich glaube, da kommt ihr ganz gut bei weg, wenn ihr alle 2 Tage auch den Fitbit laden tut. Sagt man das so. Sagt man so. Wir hatten jetzt hier in Hamburg ein klitzeklanges Problem damit. Ich bin jetzt die Strecke hier gelaufen und wir haben hier es alles sehr eng gebaut. Also links und rechts überall Gebäude, alle relativ hoch, überall Bäume, die auch sehr weit nach oben wachsen und dann auch noch ein Blätterdach herstellen. Das heißt, das GPS-Signal aus dem Fitbit hatte keine gute Verbindung nach oben zum Satelliten. Das heißt, wir haben erstens sehr lange gestanden und gewartet, bis das Signal da war und wir mussten auch von der Innenstraße hier auf eine große Kreuzung laufen, bis das Signal da war. Und auf der Strecke, die ich gelaufen bin, weil hier alles so eng war, hat man das Signal ständig verloren und auf der Karte bin ich irgendwie durch Häuser gelaufen und so. Das typische GPS-Problem. Ihr kennt es mit Sicherheit auch alle. Wir sind die Strecke aber nochmal danach gelaufen und zwar nur gelaufen und haben versucht, das nachzuvollziehen, wo das Problem war. Und Tatsache, wenn man links und rechts und vorne und hinten kein Auto da war, sind wir auf der Straße gelaufen und da hat das Signal wunderbar funktioniert. Genau die Strecke, die wir dann gelaufen sind, hat das Ding auch aufgefasst. Das heißt, wenn ihr auf freien Flächen unterwegs seid oder eben nicht in total zugebauten Strecken wie hier in Hamburg, dann funktioniert das GPS wunderbar. Aber GPS ist jetzt nicht das Einzige, was neu ist. Fast jeder Fitbit in der Vergangenheit hatte zwei Varianten. Eine normale und eine Special Edition. Das ist auch bei der Fitbit 4 Variante nichts anderes. Da gibt es auch den normalen Fitbit und den Fitbit Special Edition in der vierten Version. Die Special Edition hatte bisher immer NFC drin. Das hat die vierte Generation jetzt aber auch in der normalen Version. Das heißt, jeden Fitbit im Fitbit Charge 4 Bereich, den ihr kauft, der hat jetzt NFC. Bei den Special Editions habt ihr jetzt noch tolle neue Bänder, die sehen anders aus. Ansonsten ist da kein großer Unterschied mehr. Das heißt, ihr könnt immer Fitbit Pay benutzen. Und das ist super praktisch. So, das ist super praktisch, weil ihr, man sieht ja auch, dass die Verarbeitung hier sich ein bisschen geändert hat. Ihr habt jetzt hier unten so ein Plastik-Buddy. Bei dem alten, bei der Fitbit 3 Variante, war das noch Alu. Damit hier erstens für das GPS-Signal mehr Empfangsstärke herrscht und natürlich auch für das Fitbit Pay mehr Empfangsstärke herrscht, ist das jetzt hier alles aus Plastik gebaut. Und fällst du direkt drunter. Und das Schöne ist, es gibt immer mehr Partner, die damit zusammenarbeiten. Ich würde, ich sage mal, ich würde zum Beispiel Revolut benutzen, weil ich das eh schon habe. Und mit Revolut macht ihr das so, ihr baut Fitbits als Account da rein, ihr speichert dann ein bisschen Geld drauf über die Visa-Karte, 20 Euro oder so, dann habt ihr das Geld immer da drauf, wieder weg. Und dann habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr unterwegs seid und auch kein Smartphone braucht, weil da ist ja alles drin, ihr habt ja GPS und Co., dann rennt ihr durch die Gegend, ihr sagt irgendwann, ach, ich bräuchte mal was zu trinken, dann könnt ihr mal kurz an der Tanke anhalten, euch Wasser holen, mal eben mit dem Fitbit bezahlen und wieder rausgehen. Das ist schon ziemlich cool. So, ich behalte jetzt einfach eine Hand. Kommen wir zu den Quality of Life Updates. Es ist jetzt so, dass wir, fangen wir mal mit drei Sachen an. Es gibt jetzt so eine Art Spotify-Player da drauf, den ihr nutzen könnt, so eine Art Mini-Fernbedienung für Leute, die Spotify in der Premium-Variante nutzen. Die können pausieren und das nächste Lied auswählen. Also ihr habt eine minimale Möglichkeit, darüber direkt was zu tun, ohne das Smartphone immer wieder in die Hand nehmen zu müssen. Auch im Schlaftracking-Bereich haben sie ein bisschen was verändert. Da gibt es die Möglichkeit, ein paar mehr Details aus dem Schlaf herauszuziehen. Also auch wie der Blutsauerstoff und sowas war. Außerdem gibt es einen Do-Not-Disturb-Modus, möchte ich mal sagen. So einen Schlaf-Modus. Der sagt, okay, wird vorher eingestellt, ich möchte immer um 22 Uhr schlafen, ich möchte um 6 Uhr aufstehen. Dann vibriert das Ding am Arm und sagt so, ab sofort ist der Do-Not-Disturb-Modus an. Du wirst jetzt nicht mehr gestört, keine Benachrichtigung, das Display geht nicht mehr automatisch an, wenn du den Arm hochbewegst. Du hast jetzt Ruhe, Feierabend und genauso wirst du morgens um 6 per Vibration automatisch geweckt. Oder jedenfalls, wenn du davon geweckt wirst, es vibriert am Arm und du sollst dann langsam aus dem Schlaf aufwachen, damit du, wie angegeben, zwischen 22 und 6 Uhr auch wirklich schlafen kannst. Und das finde ich auch, das ist schön, das ist ein schönes, vollwertiges Abdecken. So, das Ding legen wir jetzt hin, dann kann ich es nicht mehr wegrollen. Es gibt außerdem die sogenannten Aktivzonen-Minuten. Die sind jetzt ganz neu. Das ist im Endeffekt das Ersetzen dieser 10.000 Schritte, die man am Tag machen soll. Es ist jetzt so, dass diese Aktivzonen-Minuten für die Woche berechnet werden oder für den Tag berechnet werden und ihr eine bestimmte Anzahl an Aktivzonen-Minuten sammeln sollt. Das klingt jetzt gerade super kompliziert. Im Endeffekt heißt das nur, es gibt die sogenannte Fettverbrennung, den Kardiobereich und die Höchstleistung. Und die soll zum Beispiel bei der Fettverbrennung ein bisschen unterwegs sein im Kardiobereich. Da wird genau angezeigt, dass es dann zwischen 138 und 165 Herzschlägen pro Minute und die Höchstleistung ist alles, was über 166 ist. Es gibt so schöne Bilderchen, die man sich hier nochmal anschauen kann, wenn man auf diese einzelnen Herzfrequenzzonen rauftippt. Und vor allem, wenn man im Kardio- oder im Höchstleistungsbereich unterwegs ist, werden die Zeiten doppelt gezählt. Das heißt, eine Minute Höchstleistung sind gleich zwei Minuten für diese Zonenrechnung, die man hier hat. Und das ist eigentlich auch nochmal ganz praktisch zu sehen, wenn ich Sport mache. Wie viel von meiner Zeit verbringe ich in den einzelnen Herzfrequenzzonen? Also bin ich jetzt jemand, der überwiegend im Kardiobereich unterwegs ist und so vor mich hin läuft? Oder ist Kardio wie für mich purer Stress? Und ich bin immer über 166, bin immer auf Höchstleistung gepolt. Was auch nochmal zeigt, vielleicht sollte ich ein bisschen mehr auf Kardio gehen oder vielleicht ist Kardio auch komplett gar nichts für mich. Also man kann damit so ein bisschen monitoren, so ein bisschen beobachten, was macht der eigene Körper mit dem Sport, den man treibt, mit den Bewegungen, die man treibt. Und vor allem sagt er dir, du bewegst dich zu wenig. So, wenn ich euch jetzt die beiden Fitbits hier hinhalte, könntet ihr mir sagen, welcher welcher ist? Wahrscheinlich nicht, weil man nur von der Seite oder von hinten wirklich erkennt, dass das hier der Fitbit Charge 3 ist und das hier der Fitbit Charge 4. Einfach nur, weil der hier an der Seite noch Alu hat, also ein bisschen heller ist und der hier aus Plastik ist. Sonst ist das eigentlich so ziemlich das gleiche Gerät. Die inneren Werte sind nochmal ein Unterschied. Nämlich, dass du beim Fitbit Charge 3 nur in der Special Edition Version noch NFC drin hast. Beim Fitbit Charge 4 haben wir immer NFC, immer GPS. Das ist der Key Selling Point. Das heißt, für Leute, die viel unterwegs sind und gerne auch nochmal schauen wollen, wo sind sie langgefahren, wo waren sie unterwegs und das auch monitoren wollen, für die ist der Fitbit Charge 4 perfekt. Wenn ihr nicht immer euer Smartphone greifen wollt, weil es in der Bauchtasche hinten im Rucksack oder sonst irgendwo ist und ihr nicht immer reingreifen wollt für das nächste Lied tippen, sondern das auch direkt darüber monitoren wollt und nicht immer das GPS Connected vom Smartphone nutzen wollt, wenn all das für euch relevant ist, greift auf jeden Fall zum Fitbit Charge 4. Wenn GPS für euch nicht so das große Thema ist, dann reicht es eigentlich schon aus, auf den Fitbit Charge 3 in der Special Edition zuzugreifen, weil dann habt ihr NFC, all die anderen Features, lange Akkulaufzeit, all das, was der Fitbit Charge 4 auch kann, nur eben ohne GPS. Aber es ist schön, dass es jetzt diese Möglichkeit gibt.